Hashtag Prey4Kampfsau und damit geht es weiter zur Welt von Drakensang Online. Auch hier Glückwunsch an Lolo1545. Ich glaube du warst das, ich habe vorhin... Ach, Moment mal, ganz kurz, der wollte was von mir. Hat er mich eingeladen? Jo, hat er, bin gleich wieder da. Dieser Osterhasen-Kollege hat nämlich vorhin, vor, keine Ahnung, 30 Minuten, den Gold-Checkpot gewonnen, 9000, jetzt hat er gesagt. Gönnt er sich Prämie und holt sich das Rhino. Und ich darf dabei sein. Jetzt können wir uns den Kollegen mal ansehen. Ja, das ist das Mount, das Nashorn, das Rhino in DSO genannt. Naja, manche sagen Rhino, manche Nashorn. Auf jeden Fall, da hat er dieses Reittier. Mir haben sehr viele Leute vorgeschlagen, Schilling, gönn dir doch auch dieses Rhino und so. Bitte dreimal, zweimal zerstören und einmal behalten mit 17.000 Gold. Jo, sieht schon heftigst aus, passt aber eher zum Drachenkrieger, muss ich sagen. So, ja, robust, standhaft und so weiter. 17.000 Gold sind noch am Start. Ich habe schon ein bisschen was ausgegeben, nicht aufgegeben, zum Craften. Hier das hastige Nashorn. 5000 Gold. Ich muss aber sagen, wenn, dann würde ich mir eher noch so den Feuergnomen kaufen. Der ist ganz witzig. 5% Runspeed oder den grünen Beißer. Ich besitze weder noch oder 17.000 mal das Feuerwerk. Der Königsstab, der ist seit einigen Wochen schon levelskalierend. Das heißt, es gibt einen 50er Blitzstab, 5000 Gold. Aber ich werde hier nicht zuschlagen. Ich kaufe mir da nichts. Denn das Nashorn... Leute, ich habe sowieso schon so wenig Platz im Inventar. Und dann noch so ein Reittier. Hier, all diese... Moment, wo habe ich sie? Auf welcher Seite? All diese schnellen Mounts. Und ich habe mich schon von einigen getrennt. Soll es irgendwann mal ein Mountbankfach geben? Dann eventuell. Moment, aber ganz kurz. Errungenschaften. Ich glaube, es gibt sogar eine Errungenschaft. Ich suche sie mal eben. Oh, doch nicht. Wahrscheinlich, weil es ein Premium-Item ist. Aber die Würfel, das Würfelset ist ja auch dabei. Und die Würfel bekommt man nur mit Premium. Rasender Schinken. Hashtag Prey4Kampfsau. König des Dschungles. Des Dschungles. Alles Klärchen. Der Weiße Tod. Der Schwarze Tod. Der Ritter der Kokosnuss. Ich kenne nur wenige Leute, die dieses Mount haben. Grüße an Chief. Okay, genau. Und jetzt mal zu Knob schauen. Wow, da ist ja einiges los beim Knob hier. Der hat nämlich ein begrenztes Sortiment an Pferden. Rotes Streitrost. Das blaue oder grüne gibt es noch. Das Rost der Wahrheit. Schreckensmeere. Relativ günstig. 650 Draken. Hier jedes Pferd. Schimmel für 480. Ist wie gesagt echt wenig. Aber das sind langsame Reittiere. Das möchte ich nur nochmal dazu sagen. Denn seit dem neuen Wissensbaum weiß man das ja gar nicht mehr so. Schnelle Reittiere. Langsame Reittiere. Und zwar hier steht es dran in Klammer. Schnelles Reittier. Also meistens die mit dem epischen Hintergrund. Mit dem pinken Hintergrund sind schnelle Reittiere. Die haben nochmal ein paar Prozentpunkte mehr. Und das sind eben wie gesagt langsame. Das heißt muss man überlegen. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ich habe die schon alle zerstört. Denn jo. Inventarplatzmangel und so. Aber wer zuschlagen möchte. Muss das bald tun. Denn lange gibt es die nicht mehr. Die Streitrosse oder Rösser. Die hat man bei Sargon immer bekommen. Schreckensmeere. Hatte ich mal von. Vom Albtraum brennendes Inferno. Rost der Wahrheit gab es schon 20 mal. Irgendwie beim Viscanium Event. Und Schimmel kann man glaube ich sogar für Gold kaufen. Kann das sein? Keine Ahnung. Hier. Pray for Kamp... Nein. Nein. Hast du nicht getan oder? Hat sich Nanokiller hier ernsthaft die Kampfsau gegönnt? Die gibt es glaube ich immer. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier die Kampfsau. Gut. Es gibt ein Achievement. Von daher. Eventuell interessant. Aber. Egal wie viele Leute mich mit Hashtag Pray for Kampfsau zuspammen. Das wird nicht passieren. Niemals. Also Glückwunsch nochmal Lolo zum Checkport. Ich befinde mich jetzt hier, weil ich gleich ein paar Drops aus Q2 bei Arachna zeigen werde. Aber vorher will ich noch etwas einblenden. Nämlich die Roadmap für den Juni 2016 hat sich aktualisiert. Zitat. Das Dragan Event ist zurück. Der größte Protagonist dieses Releases ist einer von Dracanias berühmtesten Bösewichten. Nämlich Dragan. Er kommt zurück. Also seid darauf vorbereitet ein weiteres Mal Burgrabenschrei zu betreten. Wo großartige Feinde und Herausforderungen euch erwarten werden. Und da will ich noch kurz was einblenden von Twitter. Weil das sehr viele gefragt haben. Wird man die Sphärenscherben benötigen oder nicht? Und auf Twitter haben die gepostet. Ballert eure Realm Fragments raus. Das ist egal. Bei Dragan wird man sie nicht benötigen. Das nochmal so am Rande erwähnt. Dann eine richtig gute Übersetzung. Re-Preisgestaltungsmaßnahmen. Genau. Auf jeden Fall. Es werden die Preise von Edelstein-Sockeln reduziert. Und das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das nur die Mäntel betrifft. Ich glaube, das gilt für alle Items. Aber erst ab dem zweiten hinzugefügten Slot. So wie ich das verstanden habe. Das heißt, der erste Sockel, der wird noch diese Kosten behalten. Aber dann der zweite, dritte und vielleicht sogar vierte beziehungsweise fünfte soll irgendwie billiger werden. Aus diesem Grund werde ich noch sparen. Ich hätte jetzt zwar an der Mand und wollte schon, weil ich bald craften werde, hier zum Beispiel einen Sockel reinmachen. Und vielleicht noch bei meiner Halskette. Aber da werde ich vorerst warten. Das sollte auch jeder tun. Und dann noch ein dritter Punkt. Irgendwie so Spielverbesserungen. Auch, dass dieser braune Ladescreen-Fehler nicht mehr auftritt. So in der Art. Aber ich habe hier zwei nette Uniques gefunden. Eines ist nicht so nett. Okeanos Gift-Siegel. Kritt, Schaden, Widerstand gegen Gift und reduziert die Dauer der Vergiftung. Bei Arachna bekommen. Und Roshans-Zirkel. 3, 24, 3, 76. 3, 24, 3, 76. 3, 24, 3, 76. Ja, nö. Da habe ich einen besseren Zirkel. Aber da war ich mal wieder richtig am Saugen. Und meine gesamte Gruppe war hier ein Drop-Sauger. Das Amulett auf Rang 3 ist gedroppt. Legende, nein, Gerechtigkeit ist gedroppt. Und ein paar andere Items. Ich blende da jetzt hier die Szenen ein vom Looten. Tausend Dank an Bender. Der hat mal wieder richtig schöne Farm-Runs hingelegt. Und wir durften nach Looten kommen. Das ist immer ganz angenehm. Kann man in der Zwischenzeit ein bisschen so Q3-M1 farmen für Crafting-Zutaten. Und dann noch dazu alle paar Minütchen noch reinschauen zu Arachna. Und dort 2 bis 3, manchmal 4 legendäre Items abstauben. Genau, ich muss aber sagen, und ich hasse es. Wieder kurz live zurückblenden, bitteschön. Ich habe keinen Inventarplatz. Es ist zu heftig, was ich da gerade mache. Aber ich will ein paar Items zeigen. Und zwar ein Meisterwerk gefällt mir echt mega gut. Underworld-Siegel, 3 Sockel. Und 2x Gold kritischer Schaden in Prozenten. Und solche Verzauberungen sind richtig selten. Und von daher bin ich da mal happy. Das heißt, ein Siegel mit 4x Krit-Schaden ist angepeilt. Das wird kommen. Dann endlich, nach keine Ahnung wie vielen Waffen. Mal eine Waffe mit mehr als 75% erhöhter Prozent Waffenschaden. Diese Verzauberung muss ich unbedingt übernehmen für eine Legi-Waffe irgendwann. Was konnte ich noch basteln? Ich habe noch eine blaue Waffe gecraftet mit 2x Gold. Hier ist sie irgendwo. Ich habe zu viele Waffen. Hier. 1699 kritischer Trefferwertung, 107 Schaden, 3 Sockel. Ich brauche aber mal Prozent Waffenschaden. Diese Verzauberung ist so selten irgendwie. Oder zumindest ist sie selten geworden. In Gold zumindest. Da kommt nichts. Wenn ich schon dabei bin, möchte ich auch gleich noch craften. Denn die Außergewöhnlichen, die hebe ich mir fürs Video auf, wenn ich da was mache. 1720 und 111. Dann diese Waffenschaden-Waffe. Ist schade, weil die nur einmal Gold hat. Aber ich brauche diesen Wert. Das ist zu wichtig. Und dann habe ich mir hier was aufgehoben. Einmal mit 4 Sockeln. Und dann 3 Sockel. Einmal Gold. Aber die goldene gefällt mir hier nicht so gut. Ich setze es trotzdem rein. Ich habe ja jetzt genügend Gold. Von daher craften. Oh, da hat er direkt Gold genommen. Hier leider nicht das passende. Hier auch die falsche. Das heißt, von daher, das fällt schon mal weg. Ich will diese 78% haben. Es sei denn, er würfelt random nochmal eine goldene Waffenschadenverzauberung dazu. Die Chance besteht natürlich immer. Aber genau. Und unbedingt aufpassen. Mir ist das mal passiert. Ich habe die Optionen geöffnet während dem Craft-Vorgang. Und danach akzeptiert er das Item. Das ist so, als würde ich das Fenster schließen. Nichts damit umkehren. Das ist echt ärgerlich. Dann mache ich hier gleich noch ein bisschen weiter. Waffe 1, Waffe 2. Und dann eine mit Sockeln. Moment, ich muss die Sockel kurz überprüfen. Wie mache ich das am besten? So, genau. 3, das langt. Hier eine richtig gute Crit-Vertauberung. 1.745. Das ist schon so gut wie das Beste, was man bekommen kann. Aber nur ein Sockel und einmal Gold. Deshalb nicht im ersten oder zweiten Slot kombinieren. Auf geht's. Und er hat sie nicht genommen. Schön. Umkehren. Einen Versuch habe ich noch. Rein und rein. Ja, so kann man sein Gold auch relativ flott ausgeben. Da nimmt er 100 Schaden. Da nimmt er auch nichts Goldenes. Jo, nachdem ich am Anfang so viel Glück hatte, geht's jetzt ein bisschen bergab mit dem Random Craften. Da muss man schon ein paar mehr goldene Zutaten reinsetzen. Dann habe ich aber noch was. Nein, doch nicht. Bei den Ringen kann ich es noch kurz versuchen. 2,44. 2,48. Jeweils sehr schöne Sockel. Hier ein Sockel und hier vier. In Summe drei. Und kombinieren. Ha, ha, ha. Schön. Er nimmt einfach den letzten Ring in voller Pracht. 8 und umgekehrt. Und den Rest, den ich mir hier so aufhebe, falls es jemanden interessiert. Warum craftest du denn nicht hier? Vier Sockel, vier Sockel. Das sind Items mit sehr guten Sockeln. Jedoch fehlen mir noch die Basiszutaten, die ich eben für blau übernehmen möchte. Die sind irgendwie selten geworden, die goldenen. Das wird jetzt mal eingeschmolzen. Weg damit und weg damit. 60.000 Glyphen extra. Jawohl, Dankeschön. Dann wollte ich noch ganz kurz ein Item zeigen. Richtig fein habe ich direkt so geöffnet. 1, 2, 3, 4. Rüstwert mit zweimal goldenen Rüstungsverzauberungen. Das ist echt ein fettes Item, muss man sagen. Leider nur zwei Sockel. Aber wie gesagt, wenn das sowieso demnächst billiger wird. Mal schauen, wenn ich das aufwerte, das Item. Oh. Und dann noch ein paar von diesen Edelsteinen rein. Da kommt schon ein feiner Rüstungswert zusammen. Zustande auf jeden Fall. Na gut. Das war's, was ich für heute so loswerden wollte. Ein paar Dinge am Rande. Man merkt, mein Gold wird weniger. 17.000, bald 16.000 und so. Ich werde versuchen, trotzdem noch ein bisschen sparsamer damit umzugehen. Trotz Crafting 2.0. Aber ansonsten hast du gestern einfach den Jackpot gezogen. Genau, das hab ich. Dankeschön auch an dich. Aktuell sind wieder 4K im Topf. Nochmal kurz an alle, die das nicht so mitbekommen haben. Man gewinnt den vollen Jackpot. Das heißt, 4.220 Gold bekommt man. Und danach füllt Bigpoint sozusagen, beziehungsweise der Chester, das Spiel, 100 Gold aus der eigenen Kasse wieder auf. Und da stand zwar 13K, aber ich hab nicht nur 13.000 gewonnen, sondern 13.600 gestern. So war das. Yo. Ansonsten, wie gesagt, sorry für die Enttäuschung. Ich hol mir nichts bei Emilia. Kein Rino, keinen Begleiter, keinen Teufel. Ich will craften, craften, craften. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.